Ich stehe in der Schlange vor der Kasse, als mir eine scharfe Blondine, die etwas weiter hinten steht, freundlich zuwinkt und mich anlächelt. Ich kann es nicht fassen, dass so ein Blickfang mir zuzwinkert, obwohl sie mir irgendwie bekannt vorkommt, kann ich dennoch nicht sagen, von wo ich sie kenne. Dennoch frage ich sie. Entschuldigung, kennen wir uns? Sie erwidert, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie müssten der Vater einer meiner Kinder sein. Ich erinnerte mich zurück an das einzige Mal, dass ich untreu war. Um Gottes Willen, sage ich, bist du die Stripperin, die ich an meinem Polterabend am Tischfußballtisch vor den Augen meiner Kumpels genommen habe, während deine Kollegin mich mit nasser Sellerie ausgepeitscht und mir eine Gurke in den Arsch geschoben hat? Äh, nein, erwidert sie kalt, ich bin die Klassenlehrerin von ihrem Sohn.